Ich bin jetzt so. Schleicht! Warum schlecht? Ich bin so blöde fett, sag mir die ganze Zeit so offen. Sag jetzt, schnauzekeil ich bin nicht fett. Okay? Ich hab ne schwere Knochen, ja? Mein Name ist Monty Burns Simpson. Wo jetzt? So, Hallöchen Popöchen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Kennst du den Gronkh? Oder äh? Ja. Wollt wir den Mond erzünden, Ötner? Was kannst du denn noch? Äh, was kann ich noch? Was kann ich noch? Ey, Jöööse. Das ist gerne ein Movie-Kriss. Schöch! 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 Ich bin jetzt hier rein. Klimauswürbetechnik. Gost, warte! Ich bin immer schon ganz, warte! Lass die Marskubis! Die Blasen mit dich dem Herst! Hohoho! Ich sag, das wird lustig. Was kann ich noch? Keine Ahnung. Vieles. Nein, nicht verrecken, oder? Doch! Mach mal! Naja, ob- ihr seid short-satget? Ich bin mal ein Scary Movie-Line! Ich brauche noch mal ein 3 besuch! Hallo, Patrick! Hallo, Spongebob! Ciao, Spongebob!